Jedem Anfang wohnt ein Zauber inne und ein Anfang will und soll gefeiert werden. Es werden neue Büroräumlichkeiten eröffnet im Kronenareal und es werden fünf Jahre ACM gefeiert. Ich möchte zwei Dinge tun. Ich möchte, wie es sich zu einem Geburtstag gehört, wenn auch 1.5., aber doch zu diesem Geburtstag alles, alles Gute wünschen, verbunden selbstverständlich mit den besten Wünschen für die Zukunft. Aber vor allem Ihnen, Frau Sparber, herzlich gratulieren zu diesem unternehmerischen Schritt, den Sie hier machen und indem Sie dieses Büro hier eröffnen und für die Stadt stärzen, aber vor allem für die Unternehmerinnen und Unternehmer hier in der Stadt Stärzing und in Bipptal zur Verfügung stellen. Fünf Jahre bereits erfolgreich ACM, Accounting, Consulting Management mit der Frau Sparber und jetzt ein neuer Baum, der damit weiteres Leben geben soll und damit weitere Freude schaffen soll. Kreise ziehen soll, zum Wohle der Firma selber. Ich wünsche den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, dass sie herinnen einen schönen und angenehmen Arbeitsplatz finden können. Und ich finde aber auch, dass es notwendig ist, diesen Glückwunsch an die Geschäftspartner weiterzugeben, die mit ihrer Hilfe und mit ihrer Unterstützung eben solche Impulse bekommen mögen. Klemens Reitz, wie wird die Zusammenarbeit mit der ACM GmbH mit Heidi Sparber in Zukunft ausschauen? Ja, zuerst möchte ich Frau Sparber recht herzlich gratulieren für diese gelungene und schöne Eröffnung und wir wünschen wir in der Zukunft, dass wir gemeinsam viele Kunden hier in Südtirol erfolgreich positionieren können, strategisch neu ausrichten können, so dass unsere gemeinsamen Kunden zukünftig noch erfolgreicher sein werden. Die Zusammenarbeit mit Frau Sparber-Heide war bislang sehr zufriedenstellend. Wir arbeiten mit der Firma ACM seit einem Jahr Geschäftsjahr zusammen. Die Frau Sparber hat sich immer als eine kompetente, zuverlässige und professionelle Ansprechperson und Geschäftspartnerin bewiesen. Und wir werden auch weiterhin auf ihre Dienste zurückgreifen. Ich muss mal so sagen, nach einem Geschäftsjahr eine sehr gewinnbringende Zusammenarbeit für unsere Unternehmen und wir hoffen, dass es so weitergeht. Ich habe mir vor fünf Jahren meinen großen Wunsch meiner Selbstständigkeit erfüllt und ich habe diese Entscheidung, auch wenn ich manchmal bis an meine persönlichen Grenzen gehe, bis heute nicht gereucht. Die Kundenzufriedenheit und die Kundenfindung bestätigen mir täglich, dass ich mit meiner ACM auf dem richtigen Weg bin. Ich hilfe den Menschen, die hier tätig sind, durch rechte Zusammenarbeit Erfolg und Zufriedenheit und schenke ihnen in Schwierigkeiten Hilfe und Trost. Und hiermit ist die ACM GmbH in Brunheim-Wald-Rothbisch-Rothbisch-Rothbisch-Rothbisch-Rothbisch. Im Rahmen unseres Get-Together bei Flying Service Diffé präsentiert vom Haubenkoch Dietmar Fröhlichkommel. Der Name ACM steht für die drei Geschäftsbereiche Accounting, Consulting und Management. Der Bereich Accounting umfasst von der Finanzbuchhaltung, Lohnbuchhaltung, Jahresabschlüsse, alles was der italienische Fiskus vorgibt. Im Bereich Consulting haben wir ein einzigartiges ACM-Ratingsystem entwickelt. Im Bereich Management entwickeln wir mit unseren Kunden gemeinsam ein strategisches Kick-off-Konzept. Somit haben wir für unsere Kunden ein wirkungsvolles Frühwarnsystem geschaffen. Challenge. Gleich kann. Denkst du da! Vielen Dank. 입니다. Dtanke GmbH Mail. Untertitelung des ZDF, 2020